Was ist ein thrombosierter Hämorrhoid? Thrombosierte Hämorrhoiden sind schmerzhafte Vorsprünge, bei denen der Blutfluss in den Venen direkt außerhalb des Rektums oder im Anus eingeschränkt ist. Diese Blockade in den Venen bewirkt, dass sie anschwellen und schließlich platzen. Dadurch bleiben Blutlachen, die sich unter der Hautoberfläche ansammeln und gerinnen. Als eine der schmerzhafteren Arten von Hämorrhoiden ist eine thrombosierte Hämorrhoide häufig äußerst empfindlich und kann als hervorstehende Hämorrhoide auftreten oder im Anus enthalten sein. Die Ursachen für eine thrombosierte Hämorrhoiden sind relativ einfach. Dies kann zu extremem Sitzen führen. Das Heben von übermäßigem Gewicht während des Trainings im Fitnessstudio kann ebenfalls die Entwicklung dieser Art von Hämorrhoiden auslösen, ebenso wie der Stress bei der Geburt. Schließlich können die Venen durch übermäßiges Überbeanspruchen beim Versuch eines Stuhlgangs anschwellen und schließlich reißen. In einigen Fällen ist überhaupt keine Behandlung erforderlich, damit eine thrombosierte Hämorrhoide heilt. Oft werden die Blutgerinnsel unter der Haut über einen Zeitraum von Wochen wieder in den Körper aufgenommen. Während dieser Zeit kann es eine gute Idee sein, beruhigende Balsame gegen Hämorrhoidenschmerzen zu verwenden und Aktivitäten zu vermeiden, die eine Verschlechterung der Erkrankung verursachen können. Es gibt einige Hausmittel, die das Schrumpfen des Blutgerinnsels und die Heilung der Hämorrhoiden beschleunigen können. Ein warmes Bad zu nehmen kann oft helfen, die Schmerzen zu lindern. Wenn Verstopfung die Hauptursache für die Belastung war, wird durch Erhöhen des Fasergehalts, um den Stuhlgang zu erleichtern, auch die Belastung der thrombosierten Hämorrhoiden verringert, wodurch eine Verschlechterung der Situation wirksam verhindert wird. Beruhigende Cremes, die helfen, das Schmerzempfinden zu lindern, können es auch einfacher machen, mit dem Zustand umzugehen, bis eine vollständige Heilung stattgefunden hat. Während eine thrombosierte Hämorrhoide normalerweise nicht als gefährlich angesehen wird, kann das Schmerzniveau so stark sein, dass Schritte zum Extrahieren des Blutgerinnsels erforderlich sein können. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Arzt, anstatt dies zu Hause zu versuchen. Abhängig von der Lokalisation der Hämorrhoiden oder der Gruppe von Hämorrhoiden kann der Arzt möglicherweise einen kleinen Einschnitt vornehmen und das Gerinnsel extrahieren, was dem Patienten fast sofort Erleichterung bringt. In schweren Situationen kann sich Ihr Arzt für eine invasive Operation entscheiden, um eine thrombosierte Hämorrhoide zu behandeln. Dieses Verfahren, das als vollständige Hämorrhoidektomie bezeichnet wird, erfordert nicht nur die Extraktion der Blutgerinnsel, sondern auch der beschädigten Venen. Es ist zwar intensiver als das bloße Extrahieren der Blutgerinnsel, aber es besteht in Zukunft weniger Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Auftreten. Darüber hinaus stellen viele Patienten fest, dass bei diesem Ansatz weniger postoperative Schmerzen auftreten als bei der einfacheren Extraktion der Blutgerinnsel allein.